Musik Vor einigen hundert Millionen Jahren die Erde wesentlich kleiner gewesen ist, als wir es heute wissen. Ich wäre nicht überrascht, wenn es künstlich erzeugte Erbeben wären. Das ist natürlich ziemlich schwer nachzuweisen. Eins finde ich sehr interessant, was Haiti betrifft, dass die Epizentrum dieses Erdbeben gerade unter der Hauptstadt von Haiti war. Musik 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 Musik